Ich atme ein, atme aus, ich brauch ne Auszeit, im Ausland wehrt, ich vom Schwarzpulver drauf sein. Wir drehen durch, du denkst, dass wir gestört sind. Ich werf Kracher durch die Gegend, wie mit 14. Ich feuer Schelz, abgefächert, dreifach Gold. Ich schaue in den Himmel, wie ein einsamer Wolf. Titanwirbel, Heulersau, Mad. Jetzt gibt's die Stormy Flash von Vecool, kauft beim Lidl für 12,99 Euro und zwar zweimal. Also diese Batterien sind echt der Hammer. Für 12,90 Euro, wunderschöner Silberaufstieg und ein tolles Bouquet.